In diesem Video geht es um die besten Navigationsgeräte. Der Qualitätssieger in unserem Navigationsgerät-Test geht an das TomTom Go Essential. Folgen Sie dem Ruf der Straße mit leistungsstarken Navigationsfunktionen, die sich mit Ihrem Smartphone verbinden lassen. Gelangen Sie smarter und sicherer ans Ziel dank Freisprechfunktion, Updates über Wi-Fi und Sprachsteuerung. Genießen Sie Ihre Fahrt auf den schönsten Routen der Welt. Dank der Aktiv-Magnethalterung und dem interaktiven Display sehen Sie alle Navigationsinformationen auf einen Blick. Bleiben Sie mit Karten-Updates und TomTom-Traffic ohne zusätzliche Kosten sowie sechs Monaten Radarkameras immer auf dem neuesten Stand. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Gamin Drive Smart. Mit dem Gamin Drive Smart steht Ihnen ein Navigationssystem mit intuitivem Bedienkonzept und einem 6,95 Zoll großen, rahmenlosen und kapazitives Touch-Display zur Verfügung. Es bietet nicht nur zuverlässige Navigation, lebenslang Verkehrsinformationen in Echtzeit via Smartphone-Link und lebenslang Karten-Updates für Europa. Mit dem Drive Smart 61 fahren Sie auch sicherer, denn jedes Gamin Drive Smart Navi unterstützt Sie durch smarte Funktionen und ein Sicherheitspaket. So warnt Sie Ihr Navigationssystem vor scharfen Kurven, informiert über Tempolimitwechsel oder Bahnübergänge und erinnert Sie zudem daran Pausen einzulegen, sobald Sie zu lange am Stück gefahren sind. Auch Gamin Real Directions, der Fahrspurassistent, 3D-Kreuzungsansichten oder die Sprachsteuerung tragen dazu bei, dass Sie das Drive Smart 61 sicher zum Ziel begleitet wie ein guter Freund. Um während der Autofahrt nichts zu verpassen, können Sie Ihr Smartphone ganz einfach mit Ihrem Drive Smart koppeln. Dadurch haben Sie die Möglichkeit via Freisprechfunktion zu telefonieren und bekommen Benachrichtigungen, wie E-Mails, Nachrichten und Anrufe direkt auf dem Display Ihres Navis angezeigt oder sogar vorgelesen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Navigationsgerät-Test ist das A1REX Navigationsgerät. Vorinstallierte Karten in Navi Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Albanien und vieles mehr. Der 7-Zoll-Touchscreen ist einfach zu bedienen und sieht klarer aus. Er ist offensichtlich praktischer als die Verwendung des Telefons. Er ist einfach zu lesen und beim Tippen haben Sie Platz für Ihre Finger. Die Stimme der Navigation klingt wie eine echte Person im Auto mit Ihnen, ist es leicht zu hören, was auf der Straße wartet und verschiedene Sprachen sind verfügbar, sehr bequem zu bedienen, während der Fahrt. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.